Hallo, ich bin Horst Evers und ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir jetzt eine DVD gemacht haben von meinem Programm Großer Bahnhof und es war schon eine ziemlich tolle, große, auch wahnsinnig aufwendige, sehr teure Produktion auch, was logischerweise daran liegt, dass wir halt mit 20 Tänzerinnen gearbeitet haben und mehreren großen Tieren und jede Menge Pyrotechnik, dazu 3D-Effekte, sehr, sehr viele drin haben, wobei das letztlich eigentlich gar nicht das wirklich teure war. Das richtig teure war, das alles dann wieder rauszuschneiden, weil wir uns dann doch entschieden haben, nee, wir machen einfach nur einen schönen Live-Mitschnitt, einer sehr schönen Forschung über zweieinhalb Stunden und das ganz ehrlich, ganz direkt von der Bühne, so wie es eben auch in echt war, ungekürzt. Dazu im Bonus-Material noch einige Geschichten mehr, die wir dann noch mit dazu aufgenommen haben und so. Aber wo wir jetzt diesen ganzen Aufwand drumherum eigentlich hatten, also wir hatten da auch noch so eine Geschichte irgendwie aus meiner Kindheit, wo ich dann eben meinen Stuhl, den ich damals im Werkunterricht gemacht habe, gezeigt habe und das ist jetzt eben alles raus, das ganze Zeug, das Bühnenbild auch, haben wir alles rausgenommen wieder. Aber da dachte ich, dass wir dann hier zumindest nochmal so einen kleinen Eindruck geben, was alles mal dabei gewesen wäre. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020